Hallo, ihr seht jetzt gleich eine Lektion aus dem neuen Kurs Five Elements of Improvisation. Darin geht es um das Thema, wie man Improvisation üben kann, ohne sich total zu stressen. Und damit herzlich willkommen hier auf dem Saxophon-Channel an alle Abonnenten, an alle saxophonbegeisterten Leute, die neu dabei sind und auch an alle Wiederkehrenden. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema, wie kann ich Saxophon-Improvisation üben, ohne mich komplett zu stressen. Das hier ist ein Beispielvideo, also eine Lektion aus dem neuen Kurs Five Elements of Improvisation. Und da demonstriere ich so ein bisschen, wie man das Ganze ohne Stress üben kann, wie man über Akkorde spielen kann. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei und jetzt geht's los. So, hallo, seid gegrüßt. In diesem Video, in dieser Lektion geht es ein bisschen um die Praxis. Ich werde euch mal demonstrieren, was ich euch im Video davor, in der Lektion davor, theoretisch gesagt habe. Also es geht darum, wie kann man improvisieren üben ohne Stress. Also die Stressfaktoren wollen wir beseitigen erst mal, die wollen wir eliminieren. Das ist ganz wichtig. Sonst kriegen wir einfach kein Stück. Bei vielen ist es so, die haben die Note, die haben das Playback dazu und das Erste, was wir machen, ist eben das Stück versuchen zu improvisieren über das Playback. Und das ist natürlich ein totaler Stress, weil das Tempo und die Time, das treibt. Man hat überhaupt keine Zeit und keinen Platz im Kopf, überhaupt konzentriert sich mal mit den Akkorden zu beschäftigen. Und deshalb ist es wichtig, dass man das erst mal ohne Time macht, einfach für sich von Akkord zu Akkord geht und sich mal überlegt, okay, wie komme ich denn von dem ersten Akkord zum zweiten, was kann ich da für eine Melodie spielen, eine Linie, die gut klingt, irgendwas, das Sinn ergibt. Und dann mache ich das Gleiche vom zweiten zum dritten Akkord und so weiter. Und das übe ich einfach für mich ohne Time, ohne Metronom, ohne Playback und versuche so ein bisschen da reinzukommen, in diese Art zu denken. Ich habe ein kleines Stück mitgebracht, das ist jetzt ein Übungsstück, das habe ich schnell geschrieben, das sind eigentlich nur drei Akkorde, drei verschiedene Akkorde, das sind vier Takte, die sich immer wiederholen in einem Loop. Es gibt eine kleine Melodie dazu, damit ihr auch so ein bisschen Anhaltspunkt habt, außer den Akkordtönen oder den Tonleitertönen oder so. Und ich werde das jetzt erst mal vorspielen, damit ihr eine Vorstellung bekommt, wie das klingt. Ist ganz einfach, ich mache das hier für das Altsaxophon. Es ist egal, ob ihr Tenor oder Altspielt, das Video dient nur dazu, euch mal zu demonstrieren, wie ihr arbeiten könnt, mit anderen Stücken auch. Okay, gut, dann werden wir das mal machen. So, das war es schon. Vier Takte, kleine Melodie. Und jetzt lassen wir mal das Playback und Metronom lassen wir alles mal weg. Und jetzt schauen wir uns die ersten zwei Akkorde an. Oder auch alle Akkorde. Können wir erst mal gucken, was ist denn da drin. Die Tonart seht ihr vielleicht schon, ist C-Dur. Also hier für das Altsaxophon C-Dur. Und ja, da haben wir schon mal die erste Information, C-Dur-Tonleiter. Ja, das ist easy. Dann kann man natürlich auch statt die C-Dur-Tonleiter, kann man auch die C-Dur-Pentatonik spielen. Das geht auch, ist ein bisschen einfacher noch. Jetzt schauen wir uns mal die Akkorde an. Welche Akkorde haben wir da? Und wir spielen, ihr seht ja am ersten Akkord-Symbol, da steht C-Major-7. Wir spielen den Dur-Dreiklang oder Moll-Dreiklang, je nachdem. Und dann noch die Septime dazu. Ja, also erster Akkord ist ein C-Major-7. Das ist ein C-Dur-Dreiklang mit der Major-7. Ich habe es auch hier unten mal hingeschrieben. Da seht ihr wirklich so aufeinander aufbauend die Töne. Die Terz ist immer schwarz markiert. Ja, das habe ich auch gemacht. So, das ist der erste Akkord. Der zweite Akkord ist ein F-Major-7. Ja, geht auch. Dann kommt ein F-Moll. Also von F-Dur gehen wir nach F-Moll. Da ändert sich nur die Terz. Und da steht jetzt F-Moll-6. Also spielen wir die 6 dazu. Und dann kommt am Schluss wieder dieser C-Major-7-Akkord. Okay, erste Aufgabe wäre jetzt zum Beispiel, ich arbeite mit den ersten zwei Akkorden. Ich gucke mal, wie komme ich denn von dem C-Major-7 zum F-Major-7. Was kann ich da machen? Ich kann es natürlich so anfangen, dass ich den Grundton erstmal spiele. C und dann gehe ich zum F. Das ist natürlich ziemlich langweilig erstmal. Ich mache das mal ein bisschen leiser. Das ist ja ein bisschen langweilig. Und deshalb werde ich jetzt vielleicht die Töne verbinden. Wie komme ich vom C zum F? Über eine Tonleiter zum Beispiel. Oder ich umspiele es ein bisschen. So war es. Das mache ich ein bisschen. Dann versuche ich vom F-Major-7 zum F-Moll-6 zu kommen. Und da ist es ganz praktisch, wenn man so etwas hat, dass man einen Akkord erst in Dur hat und später dann derselbe Akkord Moll wird, dann kann man das, das ist für Solisten super, da kann man einfach eine Phrase in Dur spielen und die dann einfach nochmal spielen, aber in Moll. Also Beispiel wäre jetzt sowas hier. Und jetzt spiele ich dasselbe in Moll. Und dann nochmal in C. Oder ein anderes Beispiel. Sowas kann ich probieren. Wie komme ich jetzt von dem F-Moll-Akkord zum C-Major-Akkord? Naja, kann ich mal ein bisschen mit der Moll-Terz spielen. Das A-S, das löse ich dann vielleicht nach G auf. G ist ein Akkordton von C. Und so mache ich das. Ich mache einfach für mich mit ganz viel Zeit, setze ich mich hin, nehme mir zwei Akkorde, probiere mal, okay, wie komme ich denn von dem ersten Akkord zum zweiten? Welche Möglichkeiten gibt es? Das mache ich ein paar Mal mit verschiedenen Sachen, verschiedenen Ideen. Dann, wenn ich einigermaßen sicher bin mit diesen Sachen, mit dem Material, was da vorkommt und sowas, also das mache ich jetzt für alle Akkorde. Von Akkord zu Akkord hangle ich mich da. Wenn ich einigermaßen sicher bin, dann kann ich mir das Metronom nehmen, ganz langsames Tempo einstellen, vielleicht 60 Beats per Minute und dann mache ich das auch von Akkord zu Akkord. Stelle ich mir mal, Moment, ich mache das mal. Stelle ich mir mal 60 Beats per Minute ein, sowas, ist ganz langsam. Und jetzt spiele ich zum Beispiel mal von dem ersten zum zweiten Akkord. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Also ich probiere einfach für mich mit Zeit, wie komme ich von dem einen zum anderen Akkord, mit vielleicht mit einem Metronom, was ganz langsam klopft. Wenn das klappt, kann ich mir auch das Playback nehmen. Ich kann mir zum Beispiel das Playback, das MP3, kann ich mir in ein Programm laden wie Anytune oder eine App. Das ist dafür da, da kann ich zum Beispiel Loops bauen, kann ich mir die ersten zwei Akkorde im Loop, in der Schleife bauen und kann die mit einem ganz langsamen Tempo, kann ich die üben. Und wenn ich die kann, mache ich die nächsten zwei und so weiter. Dann komme ich langsam, komme ich so ein bisschen von Akkord zu Akkord und weiß auch, was ich da spielen kann. Und erst ganz am Schluss ist der nächste Schritt dann, dass ich das mit Playback mache. Am besten ganz langsam, auch sehr langsames Tempo nehmen und dann spiele ich mit dem Playback ein bisschen, auch vielleicht nur einen Teil vom Playback, vielleicht nur die ersten acht Takte, so ein A-Teil oder so übe ich dann. Und dann mache ich es schneller und dann komme ich langsam in das ganze Stück rein. Also das wäre jetzt so eine Art Improvisation zu üben ohne Stress, damit ich nicht so viel Stress habe. Und genau, das könnt ihr mal ausprobieren. Auch auf anderen Stücken. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ihr könnt es jetzt natürlich anwenden auf den Stücken, die folgen. Okay? Gut. Ich werde noch ein bisschen rumspielen mit dem Playback. Einfach noch, dass ich auch ein bisschen was spiele. Könnt ihr noch ein bisschen zuhören. Vielleicht merkt ihr auch, was ich mache. Und genau. Wir sehen uns bald im nächsten Video. Macht's gut. Herr Bernd. Ciao. 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 Ciao.